Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 4. Dezember. Toiletten in Wiesbaden wochenlang gesperrt, Baby bei Unfall schwer verletzt und Selbstdiagnosen nehmen wegen TikTok zu. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Alle 5 öffentlichen Toiletten in der Wiesbadener Innenstadt waren wochenlang nicht zugänglich. Wie kann so etwas sein? Wir fragen bei Stadt und Wahl GmbH an. Die Antworten lauten recht ähnlich. Hauptursache für die Schäden an den Anlagen sei Vandalismus. Wahl betreut insgesamt 9 Toiletten in Wiesbaden. Immer wieder würden bei den 5 besonders oft gesperrten Toiletten der Münzspeicher aufgehebelt, der Türmechanismus werde blockiert. Oder die Leute hielten Türen offen, um nicht zahlen zu müssen. Dies interpretiere die Toilette so, als ob jemand sehr lange drin wäre. Sie schallte dann ab. Mittlerweile sind die Toiletten wieder zugänglich. Ein Baby ist bei einem Verkehrsunfall am Wochenende in der Sylter Straße in Wiesbaden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen am Samstag gegen 2 Uhr einen lauten Knall. Vor Ort fanden sie ein Auto auf der Fahrerseite liegend. Darin lag ein Baby, das bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Laut Polizei wurden 5 weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 50.000 Euro. Im Laufe des Tages habe sich der Fahrer des Unfallautos bei der Polizei gemeldet, teilte diese weiter mit. Der 25-jährige Wiesbadener muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Derzeit ist die Kirschblütenstraße in Wiesbaden-Frauenstein für Passanten und Autos ein Ärgernis. Grund dafür ist eine Absperrung, weil im Frühjahr eine Stützmauer eingebrochen ist. Da die Kirschblütenstraße viel befahren ist, sorgt der Zwang auszuweichen für entsprechend viel Ärger. Zudem wurde darüber gestritten, wer die Sanierung der Mauer bezahlen muss, die Kommune oder der Besitzer des Grundstücks. Nun hat die Stadt Wiesbaden mitgeteilt, dass die Unterhaltspflicht bei der Stadt liegt und dass die etwa 100 Jahre alte Mauer im kommenden Jahr saniert werden soll. Die Bauzeit wird voraussichtlich mehrere Monate betragen. Im Dezember und Januar soll das Areal untersucht werden. Die Absperrung soll zudem noch ausgeweitet werden. Wann genau die Bauarbeiten beginnen, ist noch nicht bekannt. Die Stadt Wiesbaden möchte den eigenen Gesundheitssektor stärken. Ein nun vorgestellter Masterplan Gesundheit soll die Versorgung der Bevölkerung sichern, aber auch die hessische Landeshauptstadt als attraktiven Standort für Kliniken, Pharma- und Technologiefirmen positionieren. Immerhin arbeiten 38.000 Menschen im Wiesbadener Gesundheitssektor. Unter anderem werden im Masterplan potenzielle Flächen für Kliniken und Unternehmen definiert. Eine Idee ist es, an der Frankfurter Straße eine Medical Mile zu schaffen. Als positives Beispiel gilt der Wiesbadener Politik das Gewerbegebiet Max-Planck-Park in Delkenheim. Die Stadtverordneten müssen den Plänen noch zustimmen. Gut fünf Wochen nach dem Beginn der israelischen Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens weitet das Militär seine Einsätze am Boden auf das gesamte Palästinensergebiet aus. Die Soldaten gingen gegen Ziele der islamistischen Hamas vor, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntagabend. Hunderttausende Palästinenser sind nach Anweisungen des israelischen Militärs aus dem umkämpften Norden des abgeriegelten Küstengebiets in den Süden geflohen, wo es nun auch verstärkt Kämpfe am Boden geben dürfte. Videos über mentale Gesundheit wie Autismus und ADHS sind auf Plattformen wie TikTok und Instagram beliebt. Junge Nutzer berichten, sich durch solche Inhalte selbst diagnostiziert zu haben. Katja Petrovsky von der Universitätsmedizin Mainz bemerkt einen Anstieg von Anfragen bezüglich ADHS und Autismus besonders von Studierenden. TikTok-Videos mit den Hashtags ADHS und Autismus haben Milliarden Aufrufe, was auf ein gestiegenes Bewusstsein für diese Themen hindeutet. Petrovsky sieht eine positive Entwicklung in der Entstigmatisierung psychischer Gesundheit, warnt aber vor Fehlinformationen in sozialen Medien. Studien zeigen, dass viele der veröffentlichten Informationen irreführend sind, was die Diagnose und Behandlung erschwert. Patienten neigen zu Selbstdiagnosen, insbesondere wenn sie sich mit den Influencern identifizieren. Die Psychotherapeutin rät Betroffenen, eine professionelle Diagnose in einer Ambulanz zu suchen. Die Wartezeiten für Therapieplätze sind jedoch lang, was wirtschaftliche und gesundheitliche Folgen haben kann. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.